Ja, Freunde, und mit diesem blutigen Gestank von Totengedärmen fliegend umherhören und uns, der umherhört, heiße ich wieder herzlich willkommen zu The Evil Within. Mann, 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 was war das für ein letzter Part, Alter? Wir haben einen kranken Doktor besiegt, der sich selbst seine Kopfhaut aufgekratzt hat, weil es ihn so gejuckt hat. Ja, so verrückt muss man erst mal sein. Dann haben wir hier dieses Blutbad überstanden und uns leider eine Konservendose bzw. Spritze zu viel reingedrückt, was aber okay war. Wir können das jetzt übrigens ja noch kaputt machen. Fällt mir gerade mal so auf. Oh, da war noch Geh drin. Uhuhu. Und ja, wir haben das Ganze hier überstanden und gehen jetzt durch die Tür, um weiterhin Ruvik zu verfolgen. Wo bist du, Ruvik? Kontrollpunkt heißt nichts Gutes. Speichern heißt nie, was Gutes in dem Spiel. Okay, dann gehen wir mal weiter. Blut tropft überall von den Wänden. Das ist ja schon mal sehr schön. Warte mal, da war doch eine Tür, oder? Die ist verschlossen. Alles klar, 1A, das ist ja schon wieder eine tolle Wurst. Und das ist kein, das ist kein gutes Zeichen. War das Schrotflintenmonie? Nö. Schade. Ich dachte, es sei Schrotflintenmonie. Der steht doch bestimmt gleich wieder auf, oder? Wow! Was bist du denn? Okay, ich kann... Ich kann es verletzen. Nur kann ich es auch töten? Wo ist es hin? Alter! Alter, ist das schnell! Alter! 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 Ja... Warum nicht? Zomatsch uns ruhig den Kopf. Kann man dieses Vieh töten, oder muss man vielleicht überhaupt dieses Vieh nicht töten? Was ist das denn für eine schwarzhaarige Hexe, ey? Alter, die ist... Alter, das Spiel... Ich habe Kritiken gehört, dass das Spiel nicht Horror sein soll, ja? Also wenn das nicht Horror ist, dann weiß ich es nicht, Leute. Alter, hab ich mich erschrocken. Die hat mehr Fangarme als ich Haare auf dem Kopf. Super Sache. Ich renne jetzt einfach zu dem G. und lasse die Alte machen. Da steht sie auf. Okay. Gut, rennen wir weg. Hauen wir ab hier. Verfolgt die uns? Natürlich verfolgt die uns. Okay, weg hier. Komm schon. Ich kann ja auch nicht weg. Ah! Oh. Oh! Oh! Ja! Warum nicht, hä? Ei, 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 ei. Ich renne hier nochmal zurück. Um ja nochmal aus dem Weg zu gehen. Alter, ist die schnell. Komm schon. Komm schon, Baby. Okay, okay. Tschüss. Ich bin weg. Ich bin weg, meine Liebe. Ich verziehe mich. Du hast ja dem hier schon seinen Kopf abgeschlagen und uns auch schon einmal. Ich weiß nicht, ob man sie töten kann. Wahrscheinlich. Und man kriegt extreme XP-Punkte. Aber ich denke mal, das ist mir echt scheißegal. Hauptsache. Ich bin hier weg. Hier liegt Geh. Ey, die macht die Tchuk kaputt. Die macht echt die Tchuk kaputt. Ich muss da... Nein! Kletter da runter. Kletter da runter. Kletter da runter! Alter. 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 Hau ab. Alter. Okay, okay. Das werde ich nicht kaputt machen, beziehungsweise... Was willst du, verdammt? Das weiß ich auch nicht. Nein. Huuuuh. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh. Oh. Ich muss Wut ablassen, Alter. Verbrenn. Alter. Alter, wir haben es... Oh, wir haben es nicht gepackt. 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 Wir haben es noch nicht gepackt. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Renn, verdammt! Renn um dein Leben, Sebastian Castellanos! Oh. Verdammt. Das war knapp. Das war knapp, Alter. Das war doch nicht knapp. Die alte war der Wahnsinn. Ich habe noch nie so ein geiles Monster gesehen. Oh. Oh. Shotgun-Monnie. Ich bin am überlegen, ob ich nur eine Spritze in den Nacken haue. Aber ich glaube, ich lasse es erst mal. Ich glaube, ich kann den nicht töten. Ich bin der Meinung, ich kann den nicht töten. Okay. Okay, hier haben wir die Munition ja voll für. Ich muss bestimmt wieder hoch. Lass mich wieder rein. Ich will wieder zu meiner Freundin. Ich will wieder zu meiner Freundin. Lass weg. Äh. Huh. Uh... Kapitel 4 Überlebt Mann, ich bin so ein Kerr Ich überlebe 3000 Meter Sturz Oder einen 3000 Meter Sturz Das ist ja der absolute Wahnsinn Einen 3000 Meter Meter Sturz Kapitel 5 Inneren Tiefen kommt jetzt Alter, was ist denn das für... Alter, was geht denn hier ab? Wirklich, ich weiß es nicht so ganz Ich gehe einfach mal ins nächste Kapitel Dickte Gegner haben mehr Gesundheit Och, das habe ich noch nicht gemerkt Oh... Er sieht dich, wir können nicht entkommen Kapitel 5 Inneren Tiefen Achso, da geht es lang und hier aus dem Safe Room Na, dann gehe ich erstmal in den Safe Room Oh... Was haben wir hier? Geil! Hammervoll Toll Ah, super Sache Wir haben die wohl noch nicht verwendet, oder was? Hä? Was sind das für welche? Ach, das ist Explosivbolzen Ohoho, Mist Na ja, schade Okay Kann ich's nicht ändern Was haben wir hier? Tagebuch von Sebastian... Von Sebastian Castellanos März 2005 Die schlechte Nachricht ist, dass ich einen neuen Partner zugeteilt wurde gesagt hat Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht Joseph ist ein sehr guter Detective Und wir sind ein sehr gutes Team Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer Wie ihn Und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen Das ein riesiges Loch im Rumpf hat Nach jedem aufgeklärten Verbrechen Werden zehn neue gemeldet Das KCBT ist wie eine dünne blaue Linie Hinter der die Bürger von den Verbrechern geschützt sind Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl Ah ja Und wieder zerbricht der Spiegel Und wir können wieder In die Seele des Spiegels einbrechen Substantiell für mich am Arsch Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her Wo ist sie denn? Ach da Blärtast, um zu nehmen Was nimmt? Was liegt denn da? Ermittlungen stoppen Ermittlungen im Fall des Serienmörders stoppen Gemeindeverhalten optimistisch Da es keinerlei neue Spuren gibt Geht die Polizei davon aus Dass der Serienmörder entweder untergetaucht Oder weitergezogen ist Was für ein Serienmörder Was hat das alles zu bedeuten? Hängt hier wieder irgendwas Neues dran? Nö, leider nicht Gut Wenn mich nicht alles täuscht Schlüssel haben wir keine Jawohl Wir können nur wieder verbessern Und deshalb Muss ich hier durch Es ist zwar schon eine Weile her Dass wir da waren Wie sie schon sagte Aber das ist nicht so schlimm Wir können uns noch Schrotflinten munieren Fällt mir gerade auf So 7500 haben wir Wir können die Lebensanzeige erhöhen Die maximale Sprintpower könnten wir erhöhen Wir haben noch gar nicht wieder so viele Punkte Muss ich jetzt mal sagen Das rüstet auf jeden Fall mal aus Dass unsere Pistole ein bisschen mehr Schaden macht Die Feuerrate wäre eigentlich auch nicht schlecht Nachladegeschwindigkeit haben wir schon einmal Magazinkapazität brauchen wir nicht 7 mal Genauigkeit Puh Kritische Treffer Na gut Wenn es mir schlecht geht Kritischen Treffer zu machen Ist sicherlich nicht das Schlechteste Die Schrotflinte Die ist gut hier Die vielleicht Spanngeschwindigkeit könnte ich hier erhöhen Die Reichweite könnte ich erhöhen Die Nachladegeschwindigkeit Was haben wir noch an Reserve Das könnte ich erhöhen Schrotflinten munition könnte ich nochmal erhöhen Qualenbolzen könnte ich noch auf 4 erhöhen Granaten Sind wir bisher gut mit ausgekommen Streichhäuser mit 10 Kommt wir eigentlich auch gut aus Ähm Nahkampfschaden Spritzenwirkung Wir können die Lebensanzeige nochmal erhöhen Oder wir setzen halt noch was auf unsere Waffen Schadensmultiplikator Also wir haben ja die Doppelläufe geschrott Und die ist ja doppelt so gut Wie diese hier Also 50% wirkungsvoller Das heißt die ist schon bei 200% Was zum Beispiel den Schaden angeht Die ist schon Also die ist deutlich besser Allerdings Magazinkapazität Die kann 4 Schuss tragen Die andere kann zum Beispiel nur 2 immer im Lauf haben Das ist natürlich nicht ganz so schön Aber ich glaube wir lassen den Rest erstmal Ich mache hier nichts weiter Erstmal Und sammle lieber noch ein bisschen Gehe Weil so viel haben wir gar nicht Was liegt hier Zeitungsstand Aber ich kann nichts lesen Gut So und dann möchte ich jetzt hier mal noch hinter den Raum Jawohl Vielen Dank Ich kann auch noch die mitnehmen So Wie viel Schrotflinten-Muni haben wir jetzt Jetzt haben wir wieder 8 Schuss Haben wir jetzt wieder mit Das ist schön So Gut Das ist doch sehr schön Dann gehen wir jetzt mal noch schnell speichern Mach mal die Tür auf hier Du kannst die Tür ruhig schnell aufmachen Du passiert nichts Ach ich kann ja doch da durch Ach okay Ist mir gar nicht so bewusst gewesen Dann speichern wir mal In Kapitel 5 Innere Tiefen Annehmen Okay Gut Und dann würde ich sagen Machen wir hier an der Stelle wieder einen Schnitt Schön im Safe Room Da können wir wieder schön speichern Lassen uns das Licht Auf unsere blasse Haut scheinen Und sehen uns dann Beim nächsten Mal wieder Bis dahin Freunde Haut rein Vielen Dank fürs Zusehen Ich bin erstmal raus Tschüssi Kowski